Wir befinden uns im Fußballherzen des Ruhrgebiets. Mein Name ist Ingo Anderbrücker, ich war Profifußballer bei Borussia Dortmund und Schalke 04. Das ist natürlich für einen Fußballer ein super toller Standort. Man kann im Ruhrgebiet nicht ohne Fußball, das geht von Generation zu Generation. Die Wirtschaft macht ja vor dem Fußball nicht Halt, im Gegenteil, die Wirtschaft nutzt den Sport. Die Fußballfabrik ist ein ganzheitliches Programm, um nicht nur Kindern, sondern Menschen, die gerne Sport treiben, mal individuell zu trainieren, unter dem Motto Training, Lernen, Leben. Ich möchte auch nach meiner Karriere sagen, ich habe was bewegt, ich habe eine Firma entwickelt. Aus dem Fußball kann man natürlich sehr, sehr viel lernen. So ganz wichtig ist, diszipliniert zu sein, immer wieder aufzustehen, Respekt zu haben und Integration ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Das hilft auch hier in der Region natürlich. Ich spiele natürlich nach der Karriere für die eine oder andere Benefizmannschaft immer für eine gute Sache. Wir machen das mit unserem Hobby. Dann suchten wir einen Namen und haben uns für Rupport-Hotel entschieden, Menschen zusammenzuführen mit Unternehmern, die aus der Metropole sind, die den Fußball lieben. Das eint uns, um die Region vielleicht sogar mit unserem Zutun ein wenig besser zu machen. Ich kann heute sagen, ich habe zum zweiten Mal aus Hobbyberuf gemacht, hier in der Metropole Ruhr. Ich kann heute sagen, ich habe hier in der Nummer 2. Ich kann heute sagen, ich habe einen ganzenaretz oder zwei Begriffe gemacht, hier in der Bibliothek im Spiel zum Beispiel. Und dann für şunu das Ziel geht, wir sind wieder einmal die Rupport-Hotel-Hotel-Hotel-Hotel-Hotel. Vielen Dank.